So, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Also von unserer Seite aus guten Abend. So, der Messetag ist jetzt zu Ende. Wir laufen jetzt also schnurstracks jetzt quasi Richtung Hotel wieder zurück. Eine riesengroße Anlage ist das hier. Also man hat sehr viele Eindrücke hier dann doch gewinnen können. Sehr interessant auf jeden Fall. Nicht nur was man so im Bereich der Schuhe, doch auch von einem Land zum anderen, was man dort sehen kann, was es so für Unterschiede gibt im Design, in der Produktion, aber auch von der reinen Kultur her, so wie die Menschen unterschiedlich drauf sind, würde ich sagen. Das stimmt. Also ein super höfliches, freundliches Volk hier. Also das habe ich in dieser Form wirklich so noch gar nicht erlebt. Finde ich also wirklich toll, ganz beeindruckend auch. Und auch wenn hier wirklich unglaublich viele Menschen hier sind, es sind auch immer unglaublich viele Menschen da, die alles sauber machen. Also es ist wirklich so. Ich meine, wenn man wirklich mal hier umschaut, dann sieht man einfach, wie ordentlich das hier ist, wie kultiviert diese Menschen hier sind. Das ist wirklich schon, ja, huf, wirklich interessant. Ja. Wirklich toll zu sehen. Das ist wirklich klar. Also tolle Erfahrung auf jeden Fall. Wir konnten für Schuhe Plus doch eine Menge tolle Gespräche auch führen. Viele Partner, potenzielle Partner, die wir für das Unternehmen dann auch gewinnen konnten, muss man wirklich sagen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg vom Messegelände zurückzulaufen. Messegelände ist da hinten. Und man sieht es echt. Ich glaube, ich kann das einfach mal so rumschwenken. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Also wir sind jetzt hier dann auch im Industriegebiet hier von Guangzhou und oder im Messe, im Verwaltungsgebiet. Ich weiß gar nicht, wie man das so ganz genau nennt. Aber ich muss ja ehrlich sein, wir sind jetzt auch echt am Ende. Also das reicht jetzt auch hier. Man will ja keine Details verraten. Klitsche nass. Aber richtig. Und überall. Aber wirklich. Das sind auch jetzt hier, glaube ich, noch 45 Grad haben wir jetzt. Und die Sonne scheint nicht. Also es ist einfach nur hell. Und man sieht es hier so auf den Wiesen. Das Wasser da steht, weil das irgendwie die ganze Nacht über regnet. Und jetzt diese... Es dampft einfach nur von unten. Ich habe mich schon gewundert, warum es im Hotelzimmer in jedem hier eine Maschmaschine gibt. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. So, für uns ist der Messetag auf jeden Fall heute zu Ende. Morgen geht es dann weiter und dann melden wir uns natürlich auch wieder hier und sagen bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.